Hallo ihr Brettkarten und Tabletop-Spieler, mein Name ist Marcel, ihr kennt mich als Herrn der Spiele und heute stelle ich euch Dragondale 4, ein Area-Control-Spiel mit Hidden-Movement und Hand-Management-Aspekten von Peter Kuhn, das bei Korax Games erscheinen wird. Das Ganze befindet sich gerade in der Spieleschmiede, ich verlinke euch das Ganze und werde euch das Ganze heute vorstellen. Wir werden uns erstmal den Spielaufbau und die ganzen Materialien angucken, dann werde ich euch den Gameflow vorstellen und am Ende werde ich euch sagen, wie es mir gefällt. Natürlich musste ich das Spiel auf jeden Fall ausprobieren, als großer Cthulhu Wars-Fans, also werde ich vielleicht am Ende auch ein paar Aspekte bzw. ein paar Worte dazu verlieren, wie es sich so im Vergleich zu diesem großen Giganten schlägt. Auf jeden Fall schönen Dank dafür, dass ihr mir diesen Prototypen zugesendet habt, also die Box, da fängt es ja schon mal an, sieht gar nicht aus wie ein Prototyp. Ihr werdet gleich auch Spielmaterial sehen, bei dem ihr euch fragt, ist das ein Prototyp? Ja, ganz wichtig, der Hinweis hier an der Stelle, es ist ein Prototyp. Das heißt, die ganzen Regeln, alles was ich euch zeige, sind subject to change, das heißt, da wird sich ganz, ganz viel noch ändern oder vielleicht auch nicht so viel, das weiß ich ja an der Stelle nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwas erzähle, was am Ende nicht stimmt, dann bin ich schuld und nicht der Autor, denn ja, die arbeiten ja tatsächlich noch dran. Aber jetzt lasst uns keine weitere Zeit verlieren, wir schauen uns an, wie das Ganze funktioniert. Ich zeige euch den Spielaufbau von Dragondale für zwei Spieler. Dazu müssen wir uns unbedingt ein paar Spielkomponenten angucken und wir fangen mit dem Hauptspielplan an. Was ihr hier seht, ist der Hauptspielbahn für drei Spieler. Im Spiel zu zweit nutzen wir diese zwei Puzzleteile, die wir zusammenstecken und dann ganz einfach so platzieren, dass hier diese goldene Leiste übereinander liegt. Und wenn ich das nochmal weg tue an der Stelle, dann seht ihr, wie schön das Board skaliert, denn in der Zwei-Spieler-Variante haben wir ein paar Territorien weniger zur Verfügung, was zu einer höheren Interaktion führt. Sprechen wir weiter über Territorien. Es gibt innere Territorien, das sind diese drei und alle anderen sind äußere Territorien, wobei diese zwei Encampments sind. Diese Encampments hier mit dieser goldenen Linie, die gehören eben nur zur Fraktion der beiden Mitspielenden. Diese ganzen Regionen, also auch die inneren Regionen, haben jeweils hier eine Beschreibung, die meistens dann zutrifft, wenn ich ein Feld, also ein Territorium betrete oder es verlassen will. Im Prinzip ist das jeweils selbsterklärend. Man darf zum Beispiel beim Betreten nur mit zwei Leuten rein oder man muss erst mit einer Einheit in einen anderen Root-Tunnel gehen, wenn man das Feld verlassen will. Das sorgt einfach so ein bisschen oder das bildet die Besonderheiten der verschiedenen Territorien ab. Einige der Territorien haben hier diese leuchtend silberweißen Felder mit diesen Dreiecken. Das sind die sogenannten Drachenterritorien. Bringen wir den Kameraden an der Stelle auch mal ins Spiel. Das ist der Geisterdrache und der wird sich nur in diesen Gebieten hier bewegen und wird niemals in solche Gebiete und natürlich auch nicht in die Encampments gehen. Wir sind auch gleich durch mit dem Spielplan. Wir haben hier an diesen Stellen haben wir Felder für die Bäume. Ein Baum fehlt mir gerade noch, denn ihr seht ja im Spiel zu zweit haben wir drei Felder mit Bäumen. Hier stehen also die Bäume. Die Bäume haben, und das ist schon eine Besonderheit des Spiels, unterschiedliche Token, also diese Ressourcentoken unten drunter, die werden jetzt gemischt. Also man nimmt eigentlich alle fünf. Es gibt noch zwei weitere hier. Die werden jetzt, wie gesagt, schön gemischt und dann hier platziert, sodass keiner der Mitspielenden weiß, wie ein Baum beschaffen ist, was er zum Interagieren mit dem Baum braucht. Außerdem haben wir häufig an diesen Feldern noch diese Möglichkeit beim Explorieren. Explorieren, dazu komme ich natürlich gleich, meint das Betreten oder das Verlassen eines Territoriums. Und wenn ich in ein Territorium reingehe, dann darf ich zusätzlich zum Betreten noch dieses hier ausführen. Kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu. So, eine letzte Sache haben wir noch. Wir sehen, es gibt einige Felder mit Runensteinen. Das sind diese drei Felder und die kommen an der Stelle auch da rein. Und jetzt sind wir eigentlich soweit, dass wir über die Siegmöglichkeiten sprechen können. Das heißt, wann habe ich denn gewonnen? Das hier unten ist mein Encampment. Ich werde da gleich einfach mal die Kelten reinsetzen. Das seht ihr aber gleich. Und ich gewinne das Spiel, wenn ich vier Siegpunkte zu Beginn meiner Spieleraktivierung habe. Siegpunkte, und das seht ihr auch ganz schön, mache ich zum einen durch diese Runensteine. Und zwar genau dann, wenn ich ein solches Territorium kontrolliere. Kontrollieren bedeutet, dass ich die einzige Fraktion bin, die Einheiten dort drin stehen hat. Ob ich die aufgedeckt habe oder verdeckt habe, das spielt an der Stelle keine Rolle. Eine zweite Möglichkeit, einen Siegpunkt zu sammeln, ist, den Drachen zu vertreiben, ihn einmal zu besiegen. Dann wird er nämlich genau eine Runde hier bei mir platziert werden. Aber das ist, wie gesagt, nur von sehr kurzer Dauer. Der wird im Rahmen meiner nächsten Spielrunde wieder verschwinden. Und auch, das kann mir natürlich bei meinen Runensteinen passieren. Nämlich, wenn dieses Feld dann nicht mehr kontrolliert wird, sondern vielleicht eine weitere Miniatur eines Gegners reinzieht. Das sind also sozusagen variable Siegpunktmöglichkeiten. Einen festen oder zwei feste Siegpunkte habe ich, wenn ich es schaffe, einen Baum zu fällen oder ihn zu verändern. Bei den Kelten oder bei den Wikinger ist es wirklich ein Fällen. Und diesen Baum zu meinem Encampment zu transportieren und hier hinzustellen. Dann sind das sogar zwei Siegpunkte. In dieser Situation mit zwei Runensteinen und einem Baum hätte ich das Spiel zu Beginn meiner nächsten Spielrunde gewonnen. Da das relativ lang dauern kann, weil natürlich die anderen Fraktionen versuchen, mich aufzuhalten, gibt es hier unten noch einen kleinen Track. Ich habe jetzt tatsächlich den Drachenstein gar nicht. Und zwar lege ich den jetzt mal hier hin. Und dann haben wir eben noch Steine für die beiden Fraktionen. Also für die Wikinger und für die Kelten. Das hier wird, wie gesagt, nur im Spiel zu zweit benutzt. Das sind Prioritäten. Die brauchen wir an der Stelle nicht besprechen. Aber jedes Mal, wenn der Drache besiegt wird, rückt dieser Drachensteiger hier runter. Das heißt, die Dominanz des Drachen wird weniger. Und wenn er hier hinkommt, hier auf dieses Feld, dann endet das Spiel unabhängig davon, ob einer der Spieler vier Siegpunkte hat. Und dann gewinnt der, der mehr Siegpunkte hat. Wir haben jetzt das Hauptspielbrett kennengelernt. Und bevor wir uns nochmal genauer die spielenden Fraktionen angucken, müssen wir aber die neutrale Fraktion uns nochmal angucken. Und die kommt ins Spiel über diesen Dragon Fury Track. Ich verschiebe das Ganze jetzt mal ein bisschen, um diesen Fury Track in den Mittelpunkt zu bringen. Später seht ihr den wieder am Rand. Wir sehen hier auf dem Fury Track erstmal ein Startfeld für die mitspielenden Fraktionen. Ich platziere das jetzt mal hier an der Seite. Denn hier auf diesen Feldern kommen die Fury Karten. Diese Fury Karten modifizieren die Initiative des Drachen. Die werden hier zu Beginn gemischt. Und auf jedes Feld kommt eine von diesen Initiative oder Modifikationskarten, wie auch immer man die jetzt nennen möchte. Und wenn ich dem Drachen begegne als Fraktion, dann seht ihr hier auf diesen Feldern, seht ihr die Initiative des Drachen. Die dann entsprechend dem Feld, wo ich mich vielleicht gerade mit den Kelten befinde, modifiziert wird, um diese Karte. Also in diesem Fall wären es 5 minus die Anzahl der eroberten Runensteine. Hier, das sind die Runensteine. Außerdem zeigt diese Leiste jeweils noch, beziehungsweise diese Leiste, eine Modifikation der Initiative der kämpfenden Fraktionen. Was ihr später auf den Order, wahrscheinlich Befehlskarten, zu deut sehen werdet. Das ist im Prinzip der Hauptspielplan, zusammengebaut. Und wir gucken uns jetzt nochmal exemplarisch das Kelten-Spielerboard und die Handkarten an, beziehungsweise die Orderkarten. Das ist im Prinzip der Spielbereich eines Spielers, in unserem Fall der der Kelten. Ihr seht hier das sehr, sehr sinnvolle Übersichtsboard der Kelten, welches uns wirklich durch einen kompletten Spielzug von Start über Aktionen, die fraktionsspezifischen, in dem Fall Kelten-Effekten, den Dragonstone und die Reaktionen leitet hier noch ein paar Erklärungen. Das ist also das sehr, sehr gute Playerboard. Und hier haben wir die Miniaturen. Die sehen jetzt erstmal alle gleich aus, wie ihr hier gerade seht. Also haben hier so einen Baumstamm, da oben haben sie nichts. Aber ihr seht auf der Rückseite, da, oder auf der Unterseite, da seht ihr, haben wir dann die Woodcutter oder eben die Hunter. Ich sagte es ja vorher, Hidden Movement. Hidden Movement kombiniert mit Handmanagement. Für das Handmanagement haben wir hier die drei Bereiche. Wir fangen mal von links nach rechts an mit dem Boost-Pile. Und zwar seht ihr, das sind meine Karten, die ich im Laufe des Spiels freispielen kann. Ihr seht das hier unten, das sind alles Boost-Karten, die jeweils hier einen im Prinzip selbsterklärenden Text haben und da noch einen Boost-Wert. Die werden absteigend sortiert, wie ich das hier gemacht habe, von 9 auf 1. Dann wird der Stapel einmal rumgedreht, sodass die 1 dort oben liegt und dann platziere ich die da. Das heißt, ich kann sie während des Spiels über Boost-Aktionen freischalten und dem Supply-Stapel zufügen. Der Supply-Karten-Stapel, der beginnt mit zwei Karten. Einmal Visionary Leader und dann Felling of the First Tree. Der Supply-Karten-Stapel ist auch zeitgleich mein Ablagestapel. Das seht ihr hier, Discard. Denn ihr habt natürlich auch Handkarten und die habt ihr auf der Hand. Dürft ihr aber auch hier platzieren, wie ich das gerade mache. Macht das dann face-down, damit keiner sieht, was ihr habt. Das Einzige, was face-up ist, ist natürlich der Supply- bzw. Discard-Stapel. Und wir sind auch fast fertig mit dem Spielaufbau der Fraktion. Das geht relativ schnell, denn wir haben ja noch unsere Order-Cards. Denkt bitte nochmal dran, ich sagte, wir haben es hier mit einem Prototypen zu tun. So sehen unsere Order- oder Befehlskarten aus. Die haben hier oben immer eine auszuführende Fähigkeit, wenn sie am Kampf beteiligt sind. Und dann haben sie eine aktive bzw. passive Initiative. Das heißt, wenn sie aktiv sind, also im Zug des Spielers, dann hätten sie eine Initiative von 2. Und bei passive hätten sie 2 und wenn Alanis dabei ist, haben sie nochmal plus 1. Das Ganze und das ist ganz wichtig, kann man verstärken, wenn man hier das richtige Token spielt bzw. wenn überhaupt ein Token spielt. Das wäre jetzt eines dieser Inside-Tokens. Wenn ich das spiele, hätte ich 2 plus 1 sind 3. Wenn ich es sogar revealed, also aufgedeckt spiele, hätte ich 2 plus 2 ist 4. Sofern ich aktiv wäre. Diese Order-Karten, da sucht ihr euch jetzt eine aus, die hier oben liegen sollte. Dann platziert ihr die hier in diese Standies rein und in meinem Fall klappt es gerade. Aber diese Standies sind noch nicht so optimal. Korax Games wissen das und haben da auch schon für eine bessere Alternative gesorgt. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze fertig aussieht und wir starten dann durch. Lass uns nun den Spielaufbau fertigstellen. Wir sind jetzt in der Totalen. Ihr seht, wir haben beide Fraktionen, einmal die Wikinger und die Kelten vorbereitet. Das Spielbrett ist auch fertig hier mit den Hohensteinen, den Bäumen. Den Drachen, den müssen wir gleich noch einsetzen. Hier in den Encampments stehen unsere verhüllten Miniaturen. Die Wikinger haben noch ihren Ochsen bekommen. Auf jedes Nicht-Drachengebiet, also die, die nicht so silber-blau eingefärbt sind, kommt ein Token verdeckt von jeder spielenden, mitspielenden Fraktion. Die anderen Tokens, da sind jetzt auch die von den Nicht-Mitspielenden dabei. Es wird später sehr wichtig werden, dass die hier auch noch geformt sind. Die kommen hier in das Sacklein. Das Sacklein wird übrigens, Hinweis wieder auf die Prototypen-Sache, etwas größer werden. Dann haben wir hier unseren Fury-Track, den habt ihr auch eben gesehen, hier mit den beiden Teilen. Und dann haben wir noch unseren Drachen. Und der Drache, der bewegt sich ja als neutrale Fraktion und er startet in der inneren Region mit diesem Zeichen. So, das seht ihr hier. Das heißt, hier startet der Drache. Diese Karte wird erstmal an die Seite gelegt. Und jetzt sind wir im Prinzip spielbereit. Dieses Drachen-Board bekommt der Spieler, der nicht anfängt. Wenn also die Wikinger anfangen sollten, dann bekomme ich dieses Drachen-Board mit den Kelten. Wenn die Kelten anfangen, dann bekommt mein Mitspieler hier mit den Wikingern dieses Drachen-Board. Wir gucken uns jetzt mal exemplarisch einen Spielzug an. Springen dabei so ein bisschen nach vorne, damit wir auch ein bisschen was von der Hitze der Schlacht miterleben können. Um euch den Flow des Games zu zeigen, bin ich ordentlich ins Spielgeschehen reingesprungen. Das seht ihr daran, dass die beiden Fraktionen diese begehrten Inside-Tokens haben. Sie liegen auch teilweise nicht mehr auf dem Spieler-Board. Die ganzen Fraktionen stehen nicht mehr in ihren Encampments, haben sich voranbewegt. Die Wikinger haben sogar einen der begehrten Runensteine hier aus dem Runestone und Marschland für sich erobern können. Und ihr seht es hier auf dem Dragon-Fury-Track. Da scheint es schon Begegnungen mit dem Drachen gegeben zu haben. Denn hier liegen aufgedeckte Dragon-Response-Karten. Die bleiben auch bis zum Ende des Spiels offen liegen. Und es haben sich sogar hier die beiden Fraktionsmarker nach oben bzw. nach unten bewegt. Das könnte also jetzt der Start einer Spielrunde sein. Und zwar die Spielrunde des Kelten. Der ist jetzt der aktive Spieler. Den Dragonstone hat er trotzdem, weil er den im Laufe der Partie einmal bekommen hat. Beziehungsweise weil vielleicht der Wikinger angefangen hat. So, jetzt zeige ich euch mal, wie so ein Spielzug abläuft. Und ihr werdet sehen, an und für sich ist es gar nicht schwer. Wir starten immer mit Schritt A. Ihr könnt mir hier wunderbar folgen auf dem Spielerboard. Wir gucken zuerst einmal, haben wir das Spiel gewonnen. Und das Spiel haben wir gewonnen, wenn hier vier Siegpunkte auf dem Brett sind. Und ihr seht, ich habe gar keinen Spiel-Siegpunkt. Das heißt, wir können weitergehen. Dann gucken wir, ob wir Dispelled-Units haben. Und guck mal da. Dispelled-Units haben wir nämlich sogar Alanis. Also unsere Königin, die haben wir hier stehen. Dispelled heißt, die ist gerade nicht auf dem Spielfeld. Ich dürfte sie jetzt verhüllt wieder einsetzen. Alternativ, und das tue ich jetzt, dürfte ich hier einmal ins Säckchen greifen. Das möchte ich euch einfach mal zeigen, wie es geht. Denn hier darf man schön fühlen. Und ich versuche jetzt mal, kein Kreisrundes zu ziehen. Sondern ich versuche, es ist mir gelungen, so eins von diesen Adler-Tokens zu ziehen. Denn, ah, Pech gehabt, Adler-Tokens haben in der Regel auch dieses Adler-Symbol. Generell ist es so, dass die Spieler sich immer ihre Inside-Tokens angucken dürfen. Also ich oder der Wikinger. Und wir dürfen natürlich auch jederzeit unsere eigenen Miniaturen uns angucken. Das wäre an der Stelle schon Schritt A. Und dann kommen wir zu Schritt B. Hier findet die Haupt-Action statt. Haupt-Action heißt, ich habe zwei Aktionsmöglichkeiten. Und in der ersten Aktion darf ich explorieren. Neue Karten kaufen oder eine Karte spielen. Wichtig ist, explorieren darf ich nur in der ersten Aktion, während ich planen nur in der zweiten Aktion darf. Das Spielen einer Karte zeige ich euch gleich. Den Improved Boost, den kann ich euch jetzt tatsächlich nicht zeigen. Deshalb tue ich jetzt mal so, als würde ich ihn zeigen. Ich werde aber gleich explorieren. Wenn ich einen Improved Boost machen würde, würde ich die obersten zwei Karten von meinem Boost-Stapel ziehen. Würde sie mir angucken, würde eine aussuchen. Die andere würde ich verdeckt weglegen. Die ausgesuchte lege ich hier drauf. Und dann dürfte ich sogar den Effekt hier unten noch ausführen. Und in dem Fall einmal nach oben und nach unten schreiten. Denkt dabei dran, Improved Boost haben wir ja nicht gemacht. Das ist eine ganz wichtige Aktion, um eure Hand zu verstärken. Denn die Karten, die hier auf dem Supply sind, kommen ja auch auf eure Hand. Ich sage dabei, ich möchte jetzt explorieren. Denn explorieren darf ich nur in Schritt 1. Und wenn ich exploriere, darf ich aus einem Gebiet heraus explorieren. Oder in ein Gebiet rein. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar möchte ich aus dem Fog Valley heraus explorieren. Und jetzt habe ich hier zwei Einheiten drin. Ihr seht es. Den Woodcutter und den Hunter. Und hier gibt es eine Sonderregel. Wenn ich dieses Gebiet verlasse, weil er so neblig ist, dann darf ich mich nicht ins gleiche Gebiet bewegen. Das ist für mich jetzt gar nicht so schlimm. Ich werde jetzt mal den Woodcutter natürlich verdeckt hier reinsetzen, ins innere Gebiet. Ist ja benachbart. Und diesen Hunter, das weiß auch nur ich, bringe ich hier in den Runestone und Marshland ein. Jetzt passieren zwei Sachen. Sofort. Eigentlich sogar drei Sachen. So. Zum einen ist dieses Gebiet nicht mehr erobert. Ich hatte ja gerade gesagt, der Wikinger hat hier schon einen Sägpunkt. Hat er aber nicht mehr, weil jetzt ja eine Figur von mir hier eingedrungen ist. Und damit muss der Runenstein zurückgesetzt werden. Zum Zweiten darf ich hier diesen Explorations-Effekt nutzen. In dem Fall heißt es, ich darf mir die oberste Karte vom Drachen angucken oder unter einen Baum gucken. Oder, und das mache ich jetzt, ich darf einmal ins Säckchen greifen. Jetzt mache ich es ein bisschen schneller und habe hier dieses Inside-Token. Inside-Tokens sind sehr, sehr wichtig. Hier bin ich ja auch reingegangen. Das heißt, ich dürfte nochmal ins Säckchen greifen oder boosten. Und eben wollte ich doch boosten. Also mache ich das doch tatsächlich mal an der Stelle. Habe diese Karte. Und jetzt darf ich mich einmal auf dem Track nach oben oder unten bewegen. Und das war die Exploration. Nein, das war sie noch nicht ganz. Denn in dem Fall haben wir ja ein umkämpftes Gebiet. Das heißt, wir haben hier zwei Miniaturen. Die müssen sofort aufgedeckt werden. Und ihr seht es, Gudrun kämpft gegen einen Hunter. Es wird also zu einer Begegnung kommen. Und wenn das passiert, und jetzt sind diese leicht umfallenden Füßchen ganz toll, kippen beide Spieler einfach hier ihre Order-Karte rum. Ich lege die Karten euch jetzt mal hier hin an der Stelle, dass ihr das schön vergleichen könnt. Das sind die beiden Order-Karten. Die dürfen jetzt auch nicht mehr angepasst werden. Das heißt, die Hunter, die Jäger greifen aktiv an mit einer Initiative von zwei und Gudrun verteidigt mit einer Initiative von drei per eigenem Runenstein. Jetzt ist es total dramatisch, dass sie den Runenstein nicht mehr hat, denn sie hat einfach keine Initiative als passive Spielerin. Sie darf auch, also sie kann nicht boosten oder verstärken, denn jedes Token, was sie legen würde, würde ihr plus null geben. Sie landet also auf jeden Fall bei null. Ich dürfte mit meinen Huntern entweder ein verdecktes Token legen oder ein aufgedecktes Token, also enthülltes Token legen. Das wäre dann ausgegeben, um eins zu verstärken auf drei, respektive hier den Schwert und Axt auf vier, also plus zwei. Brauche ich aber in meinem Fall gar nicht, denn ich habe ja zwei, sie hat null. Ich bin also mit meinen Kelten in der Initiative über den Wikingern. Das bedeutet, Swoop würde ausgeführt. Choose and Dispel one Enemy-Minature per Hunter. Ich habe einen Hunter, also darf ich einen Manager nehmen und sie dispel. Wie ärgerlich für den Wikinger, denn der hat ja jetzt gar keine Miniatur mehr da. Wäre jetzt super, wenn er mehr Miniaturen hätte, weil dann würde ja nur einer entfernt werden. Und sie könnte vielleicht noch, also die Wikinger-Fraktion, hier Gudruns Karte spielen. Dispel the Dragon or discard one Cursed Root or move Gudrun into an adjacent No Territory. All das geht an der Stelle nicht, weil sie ja gar keine Figur mehr da hat. Diese Karten bleiben an der Stelle tatsächlich offen liegen bis zum Ende unserer Spielrunde. Und damit wäre Schritt 1 der Aktionsphase fertig. Ihr habt sogar mal einen Encounter, eine Begegnung gesehen. Wichtig ist, ich habe als Kelten jetzt diesen Runenstein erobert. Das heißt, ihr seht, wie die Siegpunkte von Fraktion zu Fraktion rüberwandern. Jetzt kommen wir zu Schritt 2. Ich dürfte in der zweiten Aktion planen und mir all diese Karten aus dem Supply auf die Hand nehmen. Verlockend den Improved Boost machen. Lassen wir jetzt, habe ich euch eben gezeigt. Oder eine Karte spielen. Gucken wir uns doch mal unsere Kartenhand an. So, gucken wir unsere Kartenhand an. Und guckt mal da, was ich hier habe. Felling the First Tree. Diese Karte habe ich auf der Hand, weil bis jetzt noch gar kein Baum von mir gefällt worden ist. So, ich lege die Karte mal hier hin, dass ihr mir da schön folgen könnt an der Stelle. Wenn ich diese Karte spiele, also meine Playkarte-Aktion, dann schaue ich mir einen Baum an in einem Conquered Territory with Woodcutters. Also, dieses Gebiet hier, das habe ich ja gekonkert, da ich hier alleine stehe. Und guck mal da, ich habe natürlich wohl weißlich die Woodcutter da reingestellt. Die muss ich revealen. Und dann darf ich unter den Baum gucken. Und dieser Baum hat eine Axt unten drunter. Schwert und Axt. Jetzt steht hier, reveal any known shield token. Non shield token. Na ja, guck mal, da kann ich ja das einfach mal aufdecken. So, ich hätte auch tatsächlich das aufdecken können. Das wäre viel besser sogar. Und pay according to the Baum. To the Baum. Das heißt, ich muss dieses Token jetzt zahlen. Das da stimmt nicht mehr ganz. Und das entspricht diesem hier. Da kommt später eine Plus 1 drauf. Hat mir Chantal erzählt. Aber das hier, das hier, wo habe ich es jetzt? Das hier müsste ich jetzt zahlen. Zahlen bedeutet in dem Fall einfach ins Säckchen schmeißen. Und dann steht hier, fell the tree. Der Baum ist gefällt. Dieses Ding kommt für immer aus dem Spiel. und jetzt muss ich hier noch 1 nach oben schreiten und ein Token zahlen oder mein Woodcutter wäre dispelled und aus dem Spiel. Das möchte ich aber auf keinen Fall haben. Das heißt, ich zahle jetzt einfach nochmal ein beliebiges Token. Ich kann mir angucken. Guck mal, hier davon habe ich 2, also kann ich mal 1 abgeben. Zahle und steige hier in dem Fury Track hoch. Dann bleibt nämlich dieser Woodcutter stehen, was sehr, sehr wichtig ist. Diese Karte, wo ist sie jetzt? Die wird jetzt abgeworfen, wird ersetzt durch die B-Karte. Habe ich jetzt gerade aus dem Spiel. Und die würde ja auf den Boost-Kartenstapel draufgelegt werden. Die B-Karte. Wo habe ich sie jetzt gerade liegen? Stellt euch bitte vor, es ist die B-Karte und ich würde, ah, da ist sie, da ist die B-Karte. Ich habe sie ein bisschen aus dem Spielfeld raus. Hier, Felling the Dragon Tree. Die ist einfach etwas schwerer zu spielen und kommt jetzt auf den Boost-Kartenstapel drauf. Soll verhindern, dass ich zu schnell den nächsten Baum fälle. Und das waren meine 2 Aktionen. Jetzt kommen wir zu den fraktionsspezifischen Aktionen. Ich könnte jetzt den Token bezahlen, um eine meiner Einheiten zu verhüllen. Wäre natürlich eine coole Sache. Viel wichtiger ist aber, ich könnte alles Holz, was in einem Concert Territory ist, um ein Feld bewegen. Wie genial ist das? Das heißt, die Woodcutter schieben das ein Feld nach da. Ich könnte es auch noch hier hin schieben. Könnte ich auch machen. Vielleicht wäre es sogar viel intelligenter, weil wir ja hier da die Wikinger haben, die relativ leicht in das Fog Valley kommen, aber ein bisschen schwieriger es haben, hier rein zu kommen. Also würde ich es vielleicht mal hier hin schieben, um es hier in meine Basis zu schieben und damit weitere Siegpunkte zu bekommen. So, wenn ich dann, der Schritt C ist fertig, den Dragonstone habe, habe ich ja, dann nehme ich alle Karten, auch die abgeworfenen, mische sie, um zu gucken, was der Drache macht. Und da schau mal einer an, er würde jetzt, wie ärgerlich, hier in das Gebiet mit dem Woodcutter gehen. Zum Glück habe ich gerade den Baum gefällt. Aber, es geschieht mir natürlich recht, dass jetzt der Drache angreift. Coole Sache eigentlich an der Stelle, weil dann seht ihr auch einen zweiten Encounter mit einem Drachen. Das heißt, der Woodcutter wird umgeschüttet und diese Karte, die würde jetzt aufgedreht werden, ist sie aber, guck mal, nämlich, das ist die Karte, die hier korrespondiert gerade zum Drachen. Das heißt, ich sehe schon mal die Initiative des Drachen. 5 minus die Number of Conquered Runestones, also minus 1. Das heißt, ich habe eine Initiative von 4. So, und mein Woodcutter, ich mache das wie eben, dass ich ihn euch hier hinlege, dann kann man das ein bisschen besser vergleichen, ist ja in dem Fall passiv. So, und da steht 2 und plus 1, wenn Holz präsent wäre. Holz ist aber nicht präsent, der Woodcutter hat ja das Holz gerade weggeschickt. Das heißt, ich habe eine Initiative von 2 gegen eine Initiative von 4. So, aber, ich darf jetzt auf jeden Fall das Ganze verstärken und zwar, indem ich jetzt hier Schwert und Axt lege, jetzt hoffe ich, dass ich das noch habe. Na, ich habe es noch, ich habe es noch, ich dürfte das jetzt legen und dann bekomme ich eben, hier unten seht ihr das, so viel auf die 2, aufgerechnet, wie ich hier auf dem Track habe, nämlich eine 3. Seht ihr, 2 plus 3 sind 5 und damit habe ich eine höhere Initiative als der Drache, der 5 minus 1 gleich 4 hat. Das heißt, hier die Fähigkeit des Woodcutters würde zuerst ausgeführt, ich habe es tatsächlich gar nicht gelesen. One enemy per Woodcutter ist dispelled, ein enemy ist aber nicht da, or dispel the dragon. Wie genial! Dispell the dragon. Ich darf mir den Drachen dispellen und ihn hier draufstellen. Das heißt, ich habe in dem Fall 2 Siegpunkte. Jetzt steht, move one Woodcutter with Wood, also in Klammern, ist ja jetzt kein Wood, into an adjacent free known territory. Das heißt, ich darf den jetzt in ein benachbartes Gebiet bewegen, ist ja total irre. Ich habe richtig viel Glück. Hier darf ich ihn nicht reintun, weil das ist nicht free. Das wäre natürlich großartig, wenn ich jetzt hier den nächsten Rundenstein mir snacken könnte. Darf ich aber nicht. Ich würde ihn hier hin bewegen können. Das darf ich auf jeden Fall, dieses Fog Valley, weil es ist ja benachbart und es ist frei. Das ist ja auch nicht frei, da darf ich es nicht hin bewegen. Aber er ist ja total großartig, dann konnte ich mich noch mit meinem Woodcutter zurück bewegen. Und jetzt würde der Drache hier mit seiner Revenge ankommen, kann er aber nicht mehr, da er ja dispelt worden ist und sozusagen erobert worden ist als Siegpunkt. Ja, Heat of the Battle habe ich euch versprochen. Heat of the Battle wird gerade geliefert. Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer E der Reaktion und jetzt nehme ich mir beide von diesen aufgedeckten Karten noch einmal. Jetzt müssen wir uns ja mal angucken, denn jetzt verändert sich was am Dragon Fury Track. Ihr erinnert euch dran, dass die Hunter aktiv angegriffen haben, nämlich hier hatte ich ja die Gudrun angegriffen und da seht ihr eine Axt. Die Axt seht ihr hier oben, das heißt, mein Marker wandert um eins nach oben. Ja, ob das gut oder schlecht ist, müsst ihr anhand der Leiste beziehungsweise der Dracheninitiative selbst beurteilen. Hier an der Stelle hat der Drache mich mit meinen Woodcuttern gerade vor wenigen Sekunden angegriffen. Wir haben schon wieder die Axt und das Token wandert wieder nach oben. Das war auch schon Schritt E und jetzt kommen diese Karten erstmal aus dem Spiel und wir dürfen aus den verbliebenen Karten eine neue Karte aussuchen und würden die dann hier rein slotten, das heißt, die Woodcutter hätten jetzt eine neue Orderkarte. So, bleibt bitte stehen. Und das gleiche natürlich für die Hunter. Würde ich jetzt vielleicht mal diese Karte nehmen, weil die so unfassbar stark gerade in der Verteidigung ist und ich ja gerade versuche, einen Baum in Sicherheit zu bringen. Das wäre ein Spielzug. Jetzt würde dieser Initiative Marker rüberwandern und die Wikinger würden anfangen mit ihrem Start und dann würde das Ganze so weitergehen, bis einer zu Beginn seines Spielzugs eben vier Siegpunkte hat oder der Drache, der würde jetzt natürlich eben durch das einmal des Palen 1 runterwandern, ganz ganz wichtig und wenn er dann irgendwann ganz da hinten sitzt, dann würde das Spiel ändern und der gerade zu dem Zeitpunkt mehr Siegpunkte hat, hätte das Spiel gewonnen. Das war meine Vorstellung zu Dragondale und ich bin von meinen Spielvorstellungen von diesen paar Spielzügen gerade total begeistert, deshalb ich muss jetzt gerade so ein bisschen runterkommen, ich will euch aber jetzt an der Stelle auf jeden Fall sagen, wie gut es mir bis dahin gefallen hat, ich habe fünf Partien bis jetzt gespielt, ich stelle jetzt auch mal diese schöne Kiste, ich hoffe sie bleibt wirklich so schön, weil es ist ein Prototyp, da wiederhole ich mich jetzt nochmal, aber ich finde die ganzen Materialien, ich will jetzt nicht groß über Materialien sprechen, die sind aber schon relativ weit, also ich würde so ein Spiel auch fertig kaufen, wenn wir uns die Miniaturen an der Stelle mal angucken, ich habe jetzt den Drachen so eine Miniatur und den Baum gezeigt, den wir auch zerlegen können, habt ihr eben gesehen, da unten kommen die Token rein, die Spielmaterialien, also sorry Leute, wenn ich das jetzt an der Stelle sage, aber die Spielmaterialien sind jetzt schon sehr sehr hochwertig, aber darüber jetzt nicht so viel, es ist ein Prototyp, Subject to Change, hatte ich vorher gesagt, wenn da irgendwelche Fehler jetzt drin sind, zur fertigen Version liegt es daran, dass ich eben einen Prototypen hatte. Thema, für mich immer was ganz ganz Wichtiges, hier treffen Wikinger auf Kelten auf, und das habe ich euch ja vorher gar nicht gezeigt, wir haben ja vier Fraktionen, Druiden und eine magische Fee und die kämpfen in diesem, ja, Ancient Island oder so, ich weiß gar nicht, also ich denke da immer so ein bisschen an eine englische Insel, weiß ich gar nicht, ob das eine englische Insel ist, aber da kämpfen die gegeneinander und haben unterschiedliche Ziele. Erinnert mich gleich an die Asymmetrie, da möchte ich noch mal drüber sprechen. Mich holt das Ganze auf jeden Fall ab, ich mag auch dieses Comic Artwork, mich erinnert es so ein bisschen an Vikings Gone Wild, was mir richtig gut gefallen hat, normal stehe ich auf diesen Fotorealismus, Grimdark Fantasy, hier passt es aber alles richtig gut dazu, also Thema ist schon mal sehr stimmig, Mechanik, hier könnte ich jetzt ewig drüber reden, ich versuche mich kurz zu fassen. Hier auf diesen Spielerboards seht ihr ja im Prinzip alles was ihr machen könnt, die Spielerboards gefallen mir sehr sehr gut, denn sie leiten uns durch so einen Spielzug. Und Spielzug heißt ja immer, dass ich, nachdem ich meinen Zug angefangen habe, zwei Aktionen habe. Und die sind wirklich ja cool gemacht, weil ihr habt ein Dilemma, dass ihr eben zwei Aktionen habt, in denen ihr aber nicht die gleichen Aktionen durchführen könnt, sondern ihr habt eben mit dem Explorer und mit dem Plan, habt ihr eben eine Aktion, die ihr nur in der ersten oder im zweiten Schritt spielen könnt. Und das Explorieren ist ja ganz ganz wichtig, denn ihr habt gesehen, dadurch nehme ich Territorien ein, dadurch bringe ich mein Holz oder sichere ich mein Holz, lasse das Holz zu mir wandern, dadurch komme ich erst zu den Bäumen, die ich dann fällen muss. Also das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt und auch über diese kleine Karte, da sprechen wir gleich nochmal bei der Skalierung drüber, geht das Ganze ja ganz ganz schnell zur Sache. Also Exploration, wir bewegen uns über diese Karte, versuchen eben Gebiete zu dominieren. Dann haben wir eben dieses ganz ganz wichtige Aspekt des Handmanagement, wie ich gesagt habe, ihr habt es vorher gesehen, wir haben drei Piles, wir haben den Boost-Pile, bei dem ja die ganz ganz tollen Karten bei 7, 8, 9 erst hinten kommen, dann den Supply, also unseren Discard, wo die gekauften, geboosteten Karten reinkommen, aber auch die gespielten Karten. Und diese Karten möchte ich ja nach Möglichkeit auf der Hand haben, dafür muss ich planen. Also ich muss erst mal boosten, um da Karten hinzubekommen, dann kann ich Play-Card machen, aber dann muss ich irgendwann planen, um die Karten wieder zu bekommen. Und da kommt wieder dieser Dilemma-Aspekt. Echt cool, dass wir eben diese zwei Aktionen haben, von denen wir am liebsten alle Aktionen durchführen wollen, aber wir müssen eben mit zwei Aktionen auskommen. Sehr schön, jetzt komme ich nochmal auf die Karte zurück, sind die verschiedenen Territorien, die ja einzigartige Bedingungen haben, denn beim Betreten oder beim Verlassen, da sind diese Gebiete einfach unterschiedlich, ich kann nur mit zwei Leuten rein oder ich darf nur in verschiedene Regionen gehen oder diese niemals frei, niemals zu erobern, was weiß ich, niemals bekannt. Also sehr, sehr cool, dass es da diese unterschiedlichen Regionen gibt und noch viel besser, dass dieses Board so unfassbar gut skaliert und deshalb kann ich euch jetzt an der Stelle sagen, ich habe das Spiel mit zwei und mit drei Spielern gespielt, leider nie zu viert, aber das macht zu zweit so viel Spaß wie zu dritt und wahrscheinlich zu viert so viel Spaß wie zu dritt, weil das Board sehr, sehr gut zusammenschrumpft, wenn weniger Spieler am Tisch sitzen und es dann genauso schnell zur Sache geht. Natürlich ist es dann auf jeden Fall cool, wenn alle vier Fraktionen mal am Tisch sitzen, denn, darauf komme ich auch gleich, die spielen sich extrem unterschiedlich auf zwei Aspekten oder auf zwei Ebenen, aber wie gesagt, es geht ganz, ganz schnell zur Sache. Sehr, sehr cooles Spielboard. Aber ich bin ja noch bei der Spielmechanik, das Ganze, habe ich ja gesagt, ist kartengesteuert, Handmanagement, ich finde es mit den Orderkarten sehr, sehr cool. Wir würfeln hier nie, wir können ganz, ganz toll auch so ein Encounter, eine Begegnung planen, indem wir eben die Karten wirklich uns angucken und dann eine Karte hinstellen, später kippen wir sie um und dann haben wir unseren Initiativewert. Den können wir nochmal beeinflussen durch die Tokens und wann wir Tokens bekommen, können wir auch beeinflussen, nämlich durch diese Explorationseffekte oder das Erobern der verschiedenen Territorien. So, dann habe ich diese Tokens und kann meinen Initiativewert nochmal verstärken und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich ja in der Regel möchte, dass meine Fähigkeit auf meiner Karte vor der meines Gegners stattfindet, weil vielleicht meine Miniatur ja gar nicht mehr da ist, wenn mein Gegner die höhere Initiative hat. Ähnlich gilt es bei dem Drachen. Der Drache hat dann zusätzlich nochmal seinen Fury-Track, habe ich euch eben gerade gezeigt, und hat da auch nochmal einzigartige Aspekte, greift also auf eine neutrale Art und Weise ins Kampfgeschehen ein, wird aber immer aggressiver uns gegenüber, je mehr wir mit der Karte agieren, zum Beispiel seine geliebten Bäume angreifen. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Gut, ja und dann haben wir, jetzt kommen wir so ein bisschen zur Asymmetrie des Ganzen, haben wir ja fraktionseigene Aspekte. Wir haben uns die der Kelten angeguckt und die sind wirklich komplett anders. Ich sprach ja schon ein paar Mal über Asymmetrie. Und ihr habt eben gesehen, die Kelten transportieren Holz zu ihrem Encampment und wenn sie ein Gebiet gekonquert haben, die Wikinger, das haben wir gar nicht gesehen, die schicken ein Ochsen durch die Gegend und mit diesem Ochsen können sie dann Holz in Richtung ihres Encampments bringen. So, das ist noch relativ symmetrisch. So, aber die Fee, habe ich gerade gesagt, die wurde ja in die Bäume verbannt und will diese Bäume verfluchen und wartet dann darauf, dass die Woodcutter oder die Warrior von den beiden eben genannten Fraktionen kommen und sie sozusagen aus dem Baum vertreiben. Das heißt, da haben wir eine sehr, sehr hohe Interaktion durch die Asymmetrie der Fraktion und damit nicht genug, denn wir haben ja auch diese asymmetrischen Spielbedingungen, also die Druiden wollen zum Beispiel die Bäume gar nicht fällen, ja, während die Wikinger das machen wollen und dann können die sich ihre dauerhaften Siegpunkte hier sichern, ihr habt es eben gesehen, da auf der Leiste, dann gibt es aber neben den dauerhaften Siegpunkten, das finde ich richtig gut bei einem Area Control Spiel, bei Cthulhu Wars haben wir die Portale, hier haben wir Runensteine, die wir erobern, aber nur so lange haben, solange wir ein Gebiet erobert haben. Kommt eine andere Fraktion rein, müssen wir den zurückgeben, habt ihr eben bei Gudrun gesehen und es war ihr Niedergang und den Drachen, den können wir eben auch für eine ganze Spielrunde disperlen und damit einen Siegpunkt haben. Sehr, sehr geil, also auch noch asymmetrische Spielziele. Das Spiel, jetzt komme ich so ein bisschen zu Downtime und Spiellänge, kann sehr lange dauern, könnte sehr lange dauern, hätte man nicht diesen Domination Track, dass der immer weiter nach rechts rückt und je weiter er nach rechts rückt, desto eher endet das Spiel. Das heißt, es ist am Ende gar nicht abhängig davon, wie viel da gekämpft wird oder wie häufig sich die Fraktionen die Siegpunkte, also insbesondere die Runensteine, wegnehmen, denn irgendwann endet das Spiel, weil der Drache ja mit uns kämpft und ab und zu disperlen wir den Drachen und ja, dann rückt eben dieser Domination Stein immer weiter vor. Sehr schöne Sache und damit ist die Spiellänge am Ende nicht so lang. Zu zweit braucht ihr nicht länger als 70 bis 90 Minuten. Das ist mein Erfahrungswert. 60 bis 90 Minuten, wenn beide die Regeln kennen. Zu dritt dauert es etwas länger, auf jeden Fall, dann seid ihr so 90 bis 2 Stunden dran, 90 Minuten bis 120, aber da passiert ja ständig was und das ist die Downtime. Ihr habt kaum Downtime. Ihr beobachtet, was die anderen tun, ihr seid involviert durch eure Orderkarten und die zwei Aktionen, die da gemacht werden, die sind ja ganz schnell gemacht und ihr werdet ja auch regelmäßig während des Zugs angegriffen, auch durch den Drachen, hier durch diesen Dragonstone, der dann auf einmal aktiviert wird und dann kommt der Drache zu euch. Also, eine angenehme Spiellänge und eine sehr geringe Downtime. Und ja, jetzt, wenn ich über den Wiederspielwert spreche, möchte ich mal kurz diesen Vergleich zu Cthulhu Wars bringen. Cthulhu Wars ist ja dieser riesige Big Player mit seinen unzähligen Erweiterungen, die dann für einen extrem hohen Wiederspielwert sorgen. Hier dieses Spiel hat diesen extrem hohen Wiederspielwert, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht. Ihr habt hier diese vier Fraktionen, die sich deutlich komplexer spielen als Cthulhu Wars. Das heißt, ich würde sagen, dieses Spiel ist komplexer. Es ist etwas schwerer zu erlernen. Ihr müsst es wirklich gut erklären. Hier ist die Verzahnung der einzelnen Elemente sehr, sehr hoch und ihr habt ja eine Asymmetrie auf den Spielerboards und hier nochmal sehr, sehr viel Interaktion und dann auch noch diese Asymmetrie beim Erreichen der verschiedenen Ziele. Hier ist das Spiel deutlich komplexer und ich würde fast schon sagen, also es ist wahrscheinlich so an der Grenze zum Experten-Area-Control-Spiel. Ich finde es nicht so schwer, persönlich, aber ich habe mich jetzt intensiv mit dem Spiel beschäftigt. Ich habe es erklärt bekommen im Tabletop-Simulator. Lieben Dank an Chantal an der Stelle. Habt mir es durchgelesen, hab es fünfmal gespielt. Nach dem zweiten Mal Spiel könnt ihr das auch. Trotzdem ist es, auch gerade durch das Management dieses Drachentracks, ein komplexes Spiel mit sehr, sehr vielen Sachen, auf die ihr achten müsst. Die Komplexität bei Cthulhu Wars kommt ja erst später im Laufe des Spiels und der Wiederspielwert ist richtig hoch hier. Er ist nicht so hoch wie bei dem Spiel mit Dutzenden Erweiterungen, die aber viele hundert Euro kosten, wenn es bei hundert Euro bleibt. Dieses Spiel bietet sich am Ende vielleicht auch an, nochmal irgendwann eine Erweiterung zu bringen. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen, aber ich bin dazu nicht informiert. Ich sage nur, mit diesen Fraktionen, die ihr hier habt, läuft das Spiel auf allen Ebenen, also zu zweit, zu dritt und zu viert, extrem spannend, extrem flüssig ab. Und für mich war das jetzt wirklich ein Winterhighlight. Also ich habe das jetzt die letzten Wochen rauf und runter gespielt und ich finde es einfach total spaßig. Also es macht richtig viel Spaß, richtig spannend, eine sehr, sehr gute Verzahnung der verschiedenen euch eben vorgestellten Mechanismen. Und jetzt habe ich viel geredet, jetzt seid ihr an der Reihe, ihr dürft mir alle Fragen dazu stellen, ich glaube, ich kann sie alle beantworten. Ihr dürft mir jeden Kommentar hinterlassen, auch gerne, wenn es euch geholfen hat, gefallen hat, schreibt mir das unten rein. Ihr wisst, der Algorithmus mag das. Hinterlasst mir auch gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und läutet das Glöckchen, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Marcel, euer Har der Spiele. Ich bedanke mich. Untertitelung des ZDF, 2020